Gemeinsam durch die Corona-Virus-Krise. Danke an unsere Teams, die Sartorios am Laufen halten. Wir befinden uns in einem weltweiten Wettlauf. Einem Wettlauf um die Entwicklung eines Impfstoffs sowie eines Heilmittels gegen das Corona-Virus. Mehr als 60 Unternehmen arbeiten intensiv an einer Lösung. 80% von ihnen sind unsere Kunden und wir sind an ihrer Seite. Kaum ein Impfstoff wird ohne uns entwickelt. Und auch um lebensrettende Medikamente herzustellen, sind unsere Kunden auf unsere Produkte angewiesen. Analytische Instrumente, Bags, Filter, Bioreaktoren. Ohne stabile Lieferkette, keine verlässliche Patientenversorgung. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle, die dafür sorgen, dass unsere Produkte unsere Kunden erreichen. Danke dafür, dass Sie die Produktion am Laufen halten. An unsere Operations-Teams in Albuquerque, En Aba, Avada, Obanje, Bangalore, Beit Hayamec, Göttingen, Buxhagen, Kayani, Lourdes, Mohamdea, New Oxford, Peking, Royston, St. Petersburg, Stonehouse, Taggelswangen, Ulm, Yauko. Danke an alle, die in Vertrieb und Service ihr Bestes geben. Und an alle, die das Geschäft aus dem Homeoffice am Laufen halten. Danke auch an unsere Kunden für ihre Flexibilität. In diesem Wettlauf ist Simplifying Progress so wichtig wie nie zuvor. Seien Sie stolz auf sich, weiter so und bleiben Sie gesund.